Was geht ab zu einem neuen Video? Heute Minecraft und bevor ich später mitten im Video machen werde. Heute wird die Höhle erkundet und ich sehe es backen ein bisschen. Aber ich hoffe mal, dass es geht so. Boah, es packt schon ein bisschen hart. Ja, wobei es geht. Ja doch, es geht noch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Höhle von letztem Mal. Und danach bauen wir uns hier eine neue Base hin. Die alte wird immer noch meine richtige... Alter, ich hab mich kurz... Wäre nice, ne? Ich dachte kurz, aber was war das gerade? Die alte Base wird noch meine Hauptbase sein, aber halt hier so ein kleiner Zwischenstopp. Und ich bin mal gespannt, wie es aussehen wird in meiner guten Mannschaft. Für alle, die die Folge nicht gesehen haben, guckt sie euch an. Die ist ziemlich gut geworden, finde ich. Ach stimmt, ja, das war letztes Mal. Leute, wir müssen die 100 Abos knacken. Alter, da würde für mich ein Traum in Erfüllung gehen. Das wäre so krass. Also wenn das gehen würde, die 100 Abos, dann... Ey, das wäre wirklich viel zu nice. Vor allem, diese Videos sind so viel Arbeit. Vor allem die ganz alten Videos und die mittleren Videos. Die waren die meiste Arbeit gewesen. Und hier müssen wir jetzt runter. Ich guck mal, ob ich hier vielleicht schneller runterkomme. Sieht nicht wirklich so aus. Also muss ich jetzt hier kurz außen rum... Oh Gott. Okay, es hat aufgehört zu baden. Okay, gut, ich nehme es zurück. Ich komme, geht es schneller runter. Oh mein Gott. Ich habe es überlebt. Okay. Vielleicht machen wir heute noch eine andere Höhenerkundung. Weil da gab es einen Spalt, da ging es noch weiter. Also es ging einmal nach unten und nach rechts. Das kann ich euch kurz zeigen. Guck mal. Hier bin ich letztes Mal nach links gegangen. Und da geht es dann noch nach rechts runter und dann noch tiefer rein. Das werden wir uns das nächste Mal an... Wieso habe ich das jetzt mal nicht gesehen? Das werden wir uns das nächste Mal angucken. Jetzt gehen wir wieder dahin, wo wir letztens waren. Denn wir wollen den Mineshaft weiter erkunden. Und es wird verdammt dunkel hier gerade. Beides jederzeit Umstellung. So. Hier ist er. Und hier geht es runter. So. Dann. Rinder. Das macht mir Angst. Alter, was ist jetzt hier los? Ich weiß nicht, ob man das hört. Alter, hier fliegen schon wieder Kampfjets vorbei. Ey, Leimen regt mich so auf die letzten paar Tage. Die ganze Zeit. Auf einmal ist es so laut. Mein ganzes Bett vibriert. Und dann sehe ich fliegen acht Chinooks vorbei. Das sind diese amerikanischen Doppelpropeller. Der Helikopter. Unpraktisch. Okay. Oh mein Gott. Das Video geht schon vier Minuten. Hey. Ja, wo bist du Furzgesicht jetzt? Ich weiß, wie dumm ich bin. Oh. Alter, wo ist dieser Zombie jetzt? Ich wusste es doch. Ey, wenn ich jetzt sterbe, ne? Lass dich doch mal blicken, ey. Wo bist du? Oh, es hat schon wieder kurz gebackt. Gold? Brauche ich Gold? Ne. Echt, der nervt so hart gerade. Er nervt so hart gerade. Die hier. Oh. Ich bin zu zweit. Nice. Ich komme nicht dran. Hast du einen Freund mitgebracht oder was? Ja. Was wird das jetzt? Oh mein Gott. Ich bin da fast runtergefallen. Ach egal. Kamikaze. Schuss. 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 Okay. Ich sehe schon, es ist absolut riesig. ich hab Angst, dass ich nicht wieder raus finde ich hab nur noch 4 Fackeln oh wow krass, ich sollte mir vielleicht lieber Fackeln machen Alter, Simon ist so merkwürdig gerade, die ganze Zeit höre ich irgendetwas draußen irgendetwas und es wird so dunkel excuse me, ich muss kurz Lichter machen sonst ist echt gar nichts mehr hier oh mein Gott, warum wird es so schnell dunkel? wir haben schon viele Dinge zwischen, aber es ist noch Winterzeit so, was hätte ich dann jetzt ich hab keine Kohle da muss ich mich mal schnell nach Kohle umblicken hier hör die Uhr, hieß du da irgendwo Kohle hier? nein, aber nein, gar nicht Glowberries ja immerhin schwere ich mich nicht aber ich brauch Kohle also dieser Minenschacht macht mir Angst das ist so abnormal groß hier ich wollte mir vorhin Lava im Eimer mitnehmen für eine Lichtquelle für eine Lichtquelle ach du boah, Junge chill ich glaub ich könnte mir kurz eine Schere machen dann kann ich diese oh nein, Mist ach okay dann kann ich mir diese Glow Rings mitnehmen weil die geben nämlich auch Licht wie man ja sieht und es könnte vielleicht ziemlich praktisch sein und es könnte vielleicht ziemlich praktisch sein wie ist es glaub ich auch aber was das für ein Raum oh mein Gott ehhh schnell 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 ich verpiesel mich wieder Oh mein Gott, Alter, ist das schlimm. Oh, schnell. Bevor es noch angezündet wurde. Es dauert ziemlich lange, bis es angezündet wurde. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder hoch. Wie bin ich hier letztes Mal wieder hochgekommen? Okay, ich glaube, ich weiß wie. Oh, ich brauche nicht mehr. Oh nein. Es ist Nacht. Alter, come on. Habe ich noch Wolle? Oh mein Gott, ich habe noch genug Wolle. Aber nicht genug Holz. Okay, ist nur der Zug. Ich frage, was das jetzt für eine Kacke? Weil ich brauche eine Werkbank. Aber ey, ich gehe da nicht mehr wieder runter, Mann. Alter, das war so gruselig da unten. Nee. Ich gehe da doch nicht runter. Wolle mal, was das für eine brutale Höhle hier. Irgendwie muss ich jetzt hier unten übernachten. So, wie viel Holz brauche ich für ein Bett? Drei Holz. Sieht ganz so aus, als müsste ich nochmal wieder runter. Warum tue ich mir das nur an? Nee, ehrlich, Mann. Das ist voll krank. Creepy, ey. Drei Holz habe ich doch gebraucht, oder? Vielleicht können wir diese Rezepte fast nie mehr tun. Ach, hier. Das ist mir eigentlich egal. Gut, jetzt hat man gehört, wie mein Handy fast leer gefangen ist. Das ist mal gut. Nee, ich gucke lieber nicht. Und grüße eine Manu. Du guckst dir das Video wahrscheinlich sowieso an. Deswegen. Wo soll ich jetzt eine Wolle herbekommen? Wieso kann man in Minecraft verdammt doch mal nicht auf dem Boden schlafen? Nee, das ist doch ein bisschen nicht. Ich bin rausgekommen. Ach du Scheiße. Oh ja, ist wirklich wieder hell. Alter, würde ich jetzt nicht aufnehmen, hätte ich mich jetzt einfach irgendwo unter der Erde verschanzt und gewartet, bis hier der Tag wird. So. Glück auf, wir sind wieder draußen. Gott sei Dank aber auch. Hm, ich denke gleich. Nein, stimmt. Ich glaube, nee, Creeper brennen ja nicht in Licht. Aber ich kann dafür den anderen Weg nehmen. Ah, mit Licht sieht ja Minecraft wieder viel friedlicher aus. Ein Alpaka. Und es mal dachte. Wo ist eigentlich mein Spitzhacker denn? Ah, okay, hier. Warum habe ich so viele? Hey, Entschuldigung, ich gehe da nie wieder runter, Mann. Ich, ey, könnt ihr euch vorstellen, ich wollte da meine Base aufschlagen. Alter, bin ich komplett behindert, oder was? Okay, ich gehe jetzt auch wieder nach Hause. Ich habe jetzt keinen Bock, hier im Dorf zu bleiben. Vor allem, weil hier gibt es halt einfach nichts. Wobei, ich könnte vielleicht gucken, ob ich mit dem Villager noch schnell traden kann. Ich hoffe, die haben gute Angebote. Und nicht solche schlechten, wie sonst immer. Draußen zwitschern die Vögel. Wo sind die ganzen? Ah, da. Ey, du. Traden. Alter, übertreib. Jo. Du wollten mir gerade eine Lederrüstung für 19 Mal Racken verkaufen. Jünger, bist du der einzige Dorfbewohner hier, oder was? Das kann doch nicht sein. Wo sind alle Dorfbewohner hin? Ah, da vorne. Da ist ein Angler, ne? Ich glaube, das sind die, die den Raid überregt haben. Oh mein Gott, ich glaube, es gibt in dem Dorf mehr Katzen als Villager, kann das sein. Also, ich habe jetzt bisher nur zwei Stück Gesichter. Oh mein Gott, ich habe da vorne noch einen gesehen. Nummer drei, bitte hab gute Angebote. Bitte hab gute Angebote. Ist das wieder ein Fischer? Hey, komm her. Renn doch nicht weg. Hey, das lohnt sich doch überhaupt gar nicht. Ja, was ist denn das jetzt? Okay, ich glaube, ich gehe jetzt einfach. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Because my Spicer, my Spicer, keine Ahnung, wie soll man das aussprechen? Aber trotzdem noch Deutsch reden. Was ist das für eine komische Höhle? Ist einfach... Ui, so sweet. Aber Hunde essen keinen Fisch. Also eigentlich, in Real Life ja schon, ne? Nee, in Real Life wissen die alles. Die essen sogar Gurke in Real Life. Uh, 21 Minuten 40. Ist ja schon mal ein gutes Stück. Och nee, ey. Och nee, ey. Okay, bei 23 Minuten beendet ich das Video. Machen wir, bevor es zu lange wird. Das ist immer noch nicht Wiesbund. Vor allem, ich kann das jetzt auch nicht überschlafen. Ah, home sweet home. Also nicht ganz. Aber trotzdem home sweet home. Dann das mal gucken. Hier in der Freundesbase. Oh. Okay, Leute. Ich weiß, es ist noch nicht 23, aber gleich. Ich würde sagen, ciao. Das war es dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao. Hier in hell. Ich hoffe, es hat euch gefallen.